Hallo Karl. Hallo Martin. Wir sind heute mal wieder in einer neuen Location. Wir sitzen am Maschsee, im Hotel am Maschsee. Wir hoffen, dass wir ein bisschen Ruhe haben, das Interview. Ein paar Nebengeräusche haben wir, aber das ist erträglich und der Location hat auch hier geschuldet. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die Ereignisse der letzten Tage bzw. halt Wochen. Und es hat ein Ereignis gegeben, was eigentlich so ein bisschen von der Öffentlichkeit gar nicht so richtig so beachtet wurde oder gar nicht beachtet werden sollte. Es geht um schwere, schwerste Vorwürfe gegen Jürgen Elsässer respektive das Kompaktmagazin. Was kannst du dazu sagen, was hat es damit aus? Ja, da haben wir schon zweimal sowas gehabt. Also Anfang August. Erster Vorwurf von Anonymous. Anonymous Kollektiv. Ja, Anonymous Kollektiv. Die haben Vorwürfe in den Raum gesetzt, wegen Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Also Kompakt und Jürgen Elsässer war da im Fokus. Und zweites Mal jetzt vor zwei Wochen nachgelegt durch ehemalige Mitarbeiter von Kompakt. Der da auch, und das ist auch bei Anonymous veröffentlicht, da auch was dazu gesagt hat. Der ja, der ja dieses Anonymous Kollektiv im Grunde gegründet haben soll oder will oder so, der aber halt auch seinerzeit auch bei den Mahnwachen anfangs in Berlin sehr aktiv war? Ja, genau das muss man ein bisschen in der Zeit zurückgeben, um sich mit diesem Thema beschäftigen, denke ich. Das muss man sich beschäftigen damit, wie das System funktioniert, in dem wir leben. Das System reagiert nicht auf Ereignisse, sondern agiert. Und das ist das Entscheidende, das zu begreifen, dass bestimmte Ereignisse, die da kommen, bestimmte Gruppierungen, meiner Meinung nach von vorne an gegründet, gemacht sind. Das ist so, wenn das System erkennt, dass man irgendetwas kommt, zum Beispiel die Situation, die Entwicklung von Internet. Das ist dafür dazu, dass die Menschen aufwachen, zu vielen Themen. Und das ist sicherlich so, dass man bei Geheimdiensten die Gruppen hat, die sich damit beschäftigen, wie die Entwicklung aussieht. Und da, wenn sowas kommt im Internet, dann muss man vorbeugen, also muss man im Sinne des Systems vorbeugen, in diesem Sinne, dass man die Opposition schafft. Opposition, die gesteuert wird. Also grundsätzlich im Vorfeld. Im Vorfeld. Es will man nicht überrascht sein in diesem System mit irgendwelchen Entwicklungen, die von irgendwelchen Seiten kommt, die nicht kontrolliert ist. Aus dem Grund agiert das System von vorne an. Also, dass man sich keine Laus in den Päts setzt und im Grunde die völlige Kontrolle hat, auch in einer, ich sag jetzt mal, aufwachenden oder Pseudo-aufwachenden Gesellschaft, weil durch das Internet halt auch diese Kommunikation erst möglich wurde, sich auszugleichen. Ja, und dann weiß man schon, dann wird eine Bewegung kommen, da kommt irgendwelche Gründe, kristallisiert sich irgendwelche Oppositionspartei, dann muss man da vorbeugen. Dann ist klar, da kommt irgendwelche Bürgerbewegung, da muss man vorbeugen. Und das ist klar, wenn solche Partei oder Bewegung kommt, dann gibt es auch irgendwelche Medium, die da das begleitet. Und dann muss man die alle drei Sachen von vorne an, wenn man das alles regeln will, gründen. Das heißt, die eigenen Leute da einschleusen, damit diese Bewegung dann gespitzt, diese Bewegung dann stehen und dann diese Bewegung neutralisieren im Laufe der Zeit, in die Sackgasse führen und so. Das ist so von vorne an. Und diese Entwicklung mit Internet hat man gesehen, das war im Jahre 2007, 2008, 2009, wo das besonders dann nach vorne ging. Also ungefähr im Jahr 2010 müssten da Überlegungen geben, wie wir das gestalten. Also im Grunde mit Geburt des Internets 2.0, wo halt nicht nur konsumiert wurde, so wie Anfang, so Ende der 90er Jahre, wo also im Grunde genommen ein besseres Fernsehen war. Und heute ist es so, die Leute sind interaktiv, machen selber irgendwie etwas, so wie wir jetzt halt auch. Und du bist also der Meinung, sobald das in einem größeren Rahmen ist... Und man das voraussehen kann, was kommt. Dafür gibt da bestimmte Gruppierungen... Ist aus dem Grunde eventuell das Internet auch überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht worden, oder ist das ein Fehler des Systems? Aber Fehler in diesem Sinne ist das auch nicht. Und das System sorgt dafür, dass wenn solche irgendwelche Fehlentwicklungen kommen, also Fehlentwicklung ist in diesem Sinne die Meinungsfreiheit, die damit verbunden ist, mit Internet... Und dann sorgt man sofort dafür, dass man das in richtige Wege leitet. Und das ist nicht ohne Grund, dass da zum Beispiel AfD, Anfänger von AfD im Jahr 2011 zu sehen sind. Mit Lucke, Austritt von CDU und so weiter. Dafür habe ich da Videos, wenn wir sprechen, brauchen wir uns zu wiederholen. Also da war diese Partei schon da, als Alternative erschaffen. Und dann braucht man noch andere Alternative da, zu diesem Zeitpunkt zu schaffen. Also 2010, 2011 in diesem Rahmen. Es war nötig, der gennliche Oppositionelle Zeitung zu schaffen. Und die Menschen dafür natürlich auszuwählen. Die Menschen sind nicht zufällig, der das System wählt. Das sind nicht zufällige Menschen. Das müssen Profi in dem Bereich sein. Klar, also politische Profi, wenn eine Partei leitet, also Lucke, politische Profi, da einem passen. Oder wenn eine Zeitung entsteht, ein jemand, der schon so in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat, guter Redaktor ist und gute Beiträge geliefert hat. Also da nehmen nicht irgendwo jemanden. Aber das sind dann nur erste Voraussetzungen. Zweite und wichtige Voraussetzungen sind, dass diese Person in diesem Sinne handelt. Was das System will. Natürlich ist das Oppositionell. Aber dann letztendlich auch Handel, so wie das System will, bestimmte Themen auslässt, in bestimmte Richtung macht, was da gewollt ist. Und das ist wieder da weitere Suche, wie man da sucht. Es gibt Möglichkeiten, wieder jemanden zu erpressen oder zuerst seine Existenz zu zerstören, gewisserweise, um zu sagen, um ein Angebot zu kommen, ja, gut, deine Existenz zu zerstören, aber die helfen dir jetzt, was Alternatives aufzubauen. Das ist eine zweite Möglichkeit. Oder jemanden, der da schon, sag ich, zu einer bestimmten Gruppe gehört. Das ist auch wichtig. Nicht immer ist das entscheidend, aber sehr oft, wenn wir sehen, dass die gehören zu einem 0,3% der Gesellschaft bei diesen Leuten. Und das ist auch der Punkt, wo man das sehen kann, wie das System agiert. Wie finden wir jetzt den Bogen zu Jürgen Eltes? Oder zum Konkampen? Da muss man genau da, da dieser Zeitpunkt, da der Zeitpunkt sehen, wann die Zeitung entstanden ist. Also die Zeitung ist 2010 entstanden. Und da muss man sehen, was wissen wir über ihn? Wir wissen, dass er da im linken Spektrum tätig war. Wir wissen, dass er für Judische Allgemeine geschrieben hat. Was auch wichtiger Hinweis ist. Die Idee aber auch nicht unbedingt links ist, oder? Ja, wenn man die Entwicklung und die ganze Geschichte von Linken, von kommunistischen Entwicklung sieht, dann ist man genau in diesen Kreisen müßlich. Also das ist so. Ich sage das dieser Judische Allgemeine nicht aus dem Grund, dass ich weit gegen die jüdische Bevölkerung habe. Sondern das ist die Zeitung, so wie auch Zentralrat der Juden in Deutschland, der die jüdische, israelische Regierung unterstützt. Das hat nichts mit Bevölkerung zu tun, sondern mit Politik von Israel. Und es ist klar, dass wenn jemand in dieser Zeitung schreibt, das kann nicht jeder machen. Es ist auch erstaunlich, dass diese Geschichte jetzt in Wikipedia nicht zu finden ist. Bis das so. Also genau solche Sachen darf verschwinden. Also so wichtige Sachen sind nicht zu finden. Wie erkehst du das? Warum taucht in der... Ist das wirklich so? Ja, ich habe es heute angeschaut. In Wikipedia wollte ich schauen, welche Jahre das war. Und da ist kein Vordergrund. Ach so. Ach so. Na gut, vielleicht waren es Gastbeiträge, die... Ja, es ist alles möglich, aber... Wie erklärst du dir... Das ist doch im Grunde genommen eigentlich auch sehr, sehr eigenartig. Denn ich könnte mir vorstellen, dass zumindest für einige Leute so ein Eintrag in der Vita, das man auch für die jüdische Allgemeine geschrieben hat, ja durchaus eine Sache ist, die man hervorheben kann. Ja, Vita ins System. Aber wenn du Oppositionelle bist und sein solltest, dann ich weiß nicht, ob das so nach vorne treibender Beitrag ist oder so ein Punkt im Lebenslauf der genauso Unterstützung des israelischen Regimes, ob das so Oppositionelle ist. Es passt ja auch nicht so ganz zusammen mit der Reise zu Ahmadinejad, die er gemacht hat. Ja, es ist gut, dass er da anspricht. Ich habe gesagt, wie man sucht bestimmte Leute. Aber dass man die sucht, das bedeutet noch lange nicht, dass der wahrgenommen ist draußen als Oppositionelle. Es muss man bestimmte Fakten schaffen, dass der als Oppositionell empfunden ist. Meistens schafft man die Fakten, dass da irgendwie der da Probleme mit dem System bekommen hat. Und dadurch, dass er das Problem mit dem System bekommen hat, dann baut man eine Geschichte auf der Wasservolk. Und das Gleiche ist, wenn jemand da Ahmadinejad besucht hat, das mit dem System nicht in Einklang war. Das ist zeitlich, genau zu Beginn von Kompakt, passt wunderbar, diese Geschichte mit dieser Reise da. Dann sind die Oppositionellen, die da. Ahmadinejad, das muss man ja dazu sagen, der galt ja hier als das leibhaftige Böse. Ja, und wenn jemand da so einen besucht, dann bekommt man diesen gewissen Nimbus ja schon, dass er sich da gegen das System setzt. Ja, das kann man wohl sagen. Und natürlich, es ist auch sehr gut, einen Nimbus zu bekommen, wenn gewollt so ist, einen Nimbus eines Antisemiten. Das versucht das System, die Leute auch so in diesem Bereich, irgendwie aufbauen, sage ich. Dass man da denen irgendwas herstellt, dass man da denen vorwirft, dass er irgendwas da gemacht hat, als Antisemit. Und dann ist schon Oppositionelleport. Das siehst du bei Ken Jebsen, wunderbare Geschichte, wie er als Oppositioneller plötzlich da geworden ist. Und ich habe damals schon gedacht, wenn Henrik Broder da im Spiel ist, er da eben vorwirft, dann ist die Sache ein bisschen, sage ich, denke ich. Ja, aber er hat ja, er hat ja dann, später hat er ja dann den Kutau gemacht, vor Petra Mshalja, und hat sich also schuldig bekannt, sekundären Antisemitismus betrieben zu haben. Kann er Antisemit sein, wenn er da jüdische Abstammung hat? Seine Mutter war Judin. Und dann ist man nach jüdischen Regeln voller Jude, wenn da Mutter jüdisch war. Also ich kann da ja Antisemit sein. Ja, aber lass uns da später drauf kommen. Wir reden ja im Augenblick nicht von Ken Jebsen, sondern es ist das. Ja, das hat einen Zusammenhang. Das ist nur, das ist nur die gleiche Zeit, gleiche... Aber, ja, aber wir kommen zurück auf die Vorwurfe des Antisemitismus, und die sind ja gekommen seinerzeit von der ehemaligen Kollegin aus politischen Tagen von Jürgen Elsässer, die ja zusammen die Antideutschen in D-Fatio gegründet haben. Und agiert haben da gesagt. Und gemeinsam agiert haben. Und die Jutta von Dittwurt hat also dem Jürgen Elsässer vorgeworfen, er wäre, Zitat, ein glühender Antisemitismus. Ja, und das war schon damals ein bisschen komisch, das Ganze. Hätte sie gesagt, er gehört irgendwo im Nebensatz zu Antisemiten mit anderen aufgezählt, dann könnte man noch verstehen als irgendwelche Fehler. Aber so eine Bezeichnung und bewusst auf ihn angewandt, das war schon damals irgendwie komisch, nicht schlüssig. Und da muss man denken, was da passiert ist. Da war da Elsässer in den oppositionen Kreisen dadurch gewisserweise aufgeworfen. Er war auch angegriffen durch anderen. Er hat sofort einen Prozess gemacht. Also er hat sofort verklagt sie. Und darüber haben alle Zeitungen berichtet. Also nicht nur Opposition. Das war ein ziemliches Getöse. Ja, klar. Das macht das System, um jemanden aufzubauen. Das haben wir bei Pegida identisch das Gleiche gesehen, bei Rogesa identisch das Gleiche. Dass die Bewegungen, die gewollt sind, die sind in Medien voll. Da hast du da Proteste und Ende. Das System weiß ganz genau und die sich mit ihm ein bisschen beschäftigen, wissen, auch schlechte Werbung ist eine Werbung. Und da war vor der Presse. Nur die Sachen, die das System nicht mag oder da tatsächlich bestimmte Sachen aufgezeigt sind, dann schweigt man. Das ist da klassische Methode von Systemen. Darüber sagt man nicht. So schnell wie möglich zu vergessen, das Thema. Und dann muss man sehen, wenn was kommt, ist das vergessen, ist das nicht gemerkt. Das war zum Beispiel Anfang der Mannwachen. Mannwachen waren ziemlich systemkritisch, ganz am Anfang. Da war keine Rede von Mannwachen, nirgendwo in der Zeitung. Erst dann, als Petra Mshayar kam, mit Jebsen, dann war plötzlich in den Medien darüber berichtet. Naja, Jebsen war ja von Anfang an dabei. Ja, aber so im Hintergrund. Das war nicht so, dass... Ja, es gibt aber Aussagen, es gibt aber Aussagen aus dem Kreis von Lars Mehrholz, die ihn zitieren und sagen, das war von Anfang an eine Jebsen-Idee. Eine Jebsen-Erfindung. Ob das Jebsen-Erfindung war, das ist ganz andere Geschichte. Vielleicht von ihm kam das, dass wir das machen, aber ob das von ihm Erfindung war oder vom System, das ist schon der... Gut, gut. Ob er da nur... Gut. Aus der Sicht. Da muss man verifizieren. Aber trotzdem, der war von Anfang an dabei und Elsässer hat da halt auch versucht, Fuß zu fassen und ist dann im Grunde genommen, man kann schon fast sagen, so im Vorauseilengehorsam, als gebranntmarkt worden, dann so als Antisemit. Was ihm natürlich dann so eine gewisse Solidarität einbrachte, von gewissen Kreisen. Genau so macht man das. Genau, macht man so. Es versucht man, da irgendwelche Konflikte darzustellen, irgendwie mit irgendwas, einer Seite von beiden, die wir da haben, oder drei oder wie viele da sind, von Systemen, aber irgendwie künstlichen Konflikte zu schaffen, dass man darüber berichtet, dass die Leute sich positionieren, ich bin für den, ich bin für den, letztendlich alles System, aber das ist die gängige Methode. Aus dem Grund habe ich Jebsen angesprochen, weil da Jebsen zuerst auch mit Elsässer zusammengearbeitet hat, als er noch bevor sein Kanal nur alleine betrieben hat. Und da sehe ich genauso die Ähnlichkeit, diesen Rauswurf, angeblicher Rauswurf von RBW, da in diesem Zusammenhang, da wollte man alternative Medien schaffen. Du hältst das also, in kurzen Worten, du hältst diesen Rausschmisch vom RBW, hältst du für ein fingiertes Ding, ist gefakt. Ja, das ist von meiner Überzeugung, dass es fingiert. Um da eine Legende zu bilden, um da dann ein, in Annotabführung, alternatives Medium zu installieren, was ja offenbar auch ganz gut ist. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, Henrik Broder hat das betrieben, diesen Rauswurf, er war da der propagandistische in der Zeitung, und ich sage, wo Henrik Broder ist, das ist System drin. Immer. Und das war schon da eindeutig. Pikanterweise ist es ja so, dass die Frau, die damals diese Vorwürfe gemacht hat, dem Elsässer, die Jutta von Gittwurt, jetzt im Augenblick mit genau denselben Vorwürfen zu kämpfen hat, und sich sehr darüber echauffiert und aufregt, dass also die Leute, die ihr das vorwerfen, also den Verstand verloren hätten, und so und so. Es ist halt nur so, das hat halt nur netzintern stattgefunden, da war dann kein Interview in Dreisat irgendwie nötig, sondern das waren halt da so interne Quereen. Das versucht man so wieder runterfahren, das Thema nicht laut zu machen. Was für Grund ist dafür, das weiß ich nicht, was da Jutta Gittwurt gemacht hat, Sie hat angeblich eine Lobeshymne oder sich irgendwie so positiv geäußert zu Ulrike Meinhoff. Und Ulrike Meinhoff mit den Anfängen der RF oder dieser Bader-Meinhoff-Gruppe war halt sympathisiert mit den Palästinensern und der PLO und wer mit dem PLO sympathisiert, ist letztendlich antisemitisch. Ich kann eventuell einen Zusammenhang herstellen. Ich habe gestern dein Video gehört, und du hast da gesprochen über die Zukunft, wie die Situation politischer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland aussehen sollten. Das ist eindeutig, dass SPD verschwindet, und wird immer weniger haben, und dann steht eine Lücke da, im politischen Bereich. Und meiner Meinung nach, die Linkspartei sollte da an den Platz von SPD kommen, und dann brauchen wir eine linke Opposition. Und dann ist Sarah Wagenknecht prädestiniert dafür, noch eine neue Partei zu schaffen. Und vielleicht will man jetzt mit Jutta Gittwurt auch so eine Geschichte jetzt aufbauen, damit sie da zusammen auch diese Partei, als Antisemitien, als die angeblichen Antisemitinnen, das ist alles möglich, dass das System so ein... Und deswegen baut diese Geschichte jetzt auf, dass sie irgendwie so oppositionell ist. Ja, wir müssen halt auch im Grunde genommen so ein bisschen ausschweifend werden, da es wichtig ist, halt auch für diesen Fall Elsässer und Kompakt, wir müssen aber jetzt auf diesen Fall halt selbst wieder zurückkommen. Es ist also so, dass dieser ehemalige Mitarbeiter oder Kooperationspartner Wrench dem Jürgen Elsässer beziehungsweise dem Kompaktmagazin schwerste Vorwürfe macht. Moment, Moment, Moment. Und da muss man noch zurückgehen, ja, 10. August. August hat erstmalig... Genau. Da kam erstmalig, da gaben noch diese Vorwürfe nicht. Es wurde nur so angerissen und es wurde gesagt, also Details folgen dann irgendwann so und so. Genau. Und dann ist die Reaktion, genau das ist entscheidend, die Reaktion, welche dann... Wie war die Reaktion von Jürgen Elsässer und Kompakt war da sofort, sofort, also am nächsten Tag, denke ich, das war so, ein großer Artikel auf Kompaktseite im Internet, dass das alles nicht stimmt, dass wir... Und das ist interessant. Die Vorwürfe waren gegen Elsässer besprochen und da stand, dass Kompakt nie mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Kein Wort über Elsässer. Das war nur über Kompakt. Das Ganze kann man lesen. Kompakt hat nicht gearbeitet, wird nicht gearbeitet und so weiter. Da hat keiner vorgeworfen, dass da Kompakt... Also das... Ja, aber auch. Ja, auch, aber das war nicht... Aber die Person Jürgen Elsässer war da... Und da war die sofortige Reaktion. So wie da Elsässer sofort reagiert hat auf Jürgen von Dittfurt. Also das hast du diese... diese gewisse... Wenn was nicht stimmt oder das nicht stimmen sollte, ist sofort die Reaktion da. Okay. Das war aber halt im August und nun wurde halt vor ein, zwei Wochen wurde jetzt nachgelegt. Und zwar gehörig nachgelegt. Und ja, vielleicht dampfst du das mal kurz ein, was da die Vorwürfe überhaupt sind. Also die Vorwürfe sind, dass Jürgen Elsässer mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Die Geheimdienste sollten da mit ihm in besten Kontakt bestehen. Die haben seinen Umzug so organisiert, so wie es steht. Ja, das ist ja halt interessant. Der Umzug musste ja erfolgen. Ja, weil die Antifa hat sich eine Wohnung da gegenüber gemietet, um die Wohnung von Elsässer zu beobachten. Die sind ganz schön schlau von der Antifa. Ich denke, ich denke, das waren wieder ein Teil von diesen nützlichen Idioten. Also Antifa ist auch von System gesteuert, auch von Geheimdiensten übernommen, aber es gibt auch solche, die da nicht von System gesteuert sind, die aus eigenem Willen, eigenem Antrieb das machen. Und ich denke, das waren solche, die genau gegenüber Regeln der Wohnung gemietet haben. Die das ausführen, was im Grunde genommen, ich sag jetzt mal, ein Geheimdienst will, damit der Geheimdienst dann beim Elsässer klingen kann und sagen kann, Mensch, guck mal da drüben, da sind die von der Antifa, vor denen schützen wir dich jetzt. Ich glaube nicht, dass die Ware nicht so von Geheimdiensten so angesetzt, um da die Wohnung zu mieten. Sondern aus eigenem Antrieb. Aber es ist völlig egal. Also jedenfalls, da hat sich Geheimdienst... Der Geheimdienst ist derselbe. Ja, der Geheimdienst hat sich gemeldet, sagt, ja, wir schützen dich und den Umzug organisieren. Nun sagen Kreise auch aus der ehemaligen Friedensbewegung sagen, na ja, also wenn du so ein politisches Magazin halt hast und führst, dann ist ein Kontakt ja zu zu Verfassungsschutz oder so zur Kriminalpolizei offenbar ganz normal. Was? Das wurde mir so gesagt. Wenn jemand sowas behauptet, da muss man sich schon Gedanken machen, ob er selbst nicht da zusammenarbeitet. Ah, da muss man schon... Ja, es ist so. Da werden bei mir so gleich die rote Ampel gehen, wenn da sowas herrennt. Ich meine, Kontakt zu den Gruppen kannst du ja insofern haben, dass du halt irgendwie meine Hausdurchsuchung hast oder solche. Aber halt nicht irgendwie so... Und nur verhaftet bist und die DDR da anbieten, da zusammenzuarbeiten. Aber nicht so. Aber ein freundschaftliches Hallo und wir können Ihre Wohnsituation verbessern. Ich habe schon ein Problem, wenn ich da sage, jemand ist in der Oppositionspartei und da im Bundestag sich streiten und dann gehen die Bierer trinken zusammen. Also das ist... Ja, das ist ja Usus. Das ist ja gängige Praxis. Ja, aber das ist gängige Praxis. Für mich ist das irgendwie so nicht zu freibaren. Das gab es doch früher schon, diese Pizza-Connection und sowas. Aber mit Geheimdiensten, das ist schon sowieso... Aber das war ja nicht der einzige Vorwurf. Es geht da ja halt um andere Dinge auch. Ja, es geht in erster Linie geht um Vorwurf da mit diesen Zusammenarbeiten mit Geheimdiensten. Aber es geht auch um persönliche Vorwürfe, dass über eine Person Elsässer seine Frau behandelt. Das sind grundsätzliche Sachen, was geht in diesen Veröffentlichungen von Anonymous. Ich... Warum? Sprechen wir das erst zwei Wochen später. Wir haben uns das... Ich habe auch an meiner Seite das Veröffentlichen die Linke Dicke auch. Und wir haben eine Reaktion abgewartet. Und wir... Jetzt ist es schon zwei Wochen. Und wie ist die Reaktion ausgefallen? Schweigen. Ein ziemlich lautes Schweigen. Ja. Es ist nichts. Nichts. Und das ist das, was typisch im System ist. Das, was das System stört. Weil die Wahrheit ist. Darüber schweigt man. Diese Gruppierungen, diese Bewegungen, diesen Themen, schweigt man darüber, dann die Leute so schnell, wie möglich das vergessen. Kann man, kann man aber auf der anderen Seite, kann man da nicht sagen, wenn irgendwelche Vorwürfe kommen, was das Privatleben betrifft, sagt man dann am besten irgendwie gar nichts. Ja, was das Privatleben betrifft. Okay, sag ich, da sind da... Aber das ist nicht Hauptproblem. Andere Methode zum Schweigen, das eine Methode ist Schweigen. Andere dazu ist, mit anderen Themen jetzt kommen. Mit anderen Themen zu kommen, dass die Leute das zusätzlich vergessen, quasi sich mit anderen Themen beschäftigen. Und plötzlich ist da Konferenz abgesagt. Von Kompakt. Ja, plötzlich sind sie verfolgt. Das passt mir sehr gut in das Thema, was wir da benutzen, was System benutzt, um von unbequemen Themen abzulenken. Das heißt, über dieses Thema sprechen wir nicht, aber jetzt, jetzt ist da Verfolgung. Wir haben so viele Konferenzen gemacht, da gab es kein Problem. Jetzt plötzlich, warum? Das ist für mich, sieht auch wie künstlich erschaffene Geschichte, um jetzt auf ersten Seiten zu behaupten, wir sind gewisserweise verfolgt jetzt. Also da sollte keiner sich mit diesem anderen Thema beschäftigen. Er hat bis jetzt immer verklagt, immer reagiert, sofort mit irgendwas. Vielleicht hat er ja auch schon verklagt und sagt das aber nicht. Ja, warum sagt er nicht? Na ja gut, er sagt, er macht eigentlich alles erfolgreich. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber vielleicht will er da gerade nicht irgendwie, es geht dann da halt unter Tagsangelegen. Er schweigt dazu, stimmt. Ah, ist das so, er schweigt, stimmt zu. Ich meine, man muss sich natürlich dann halt auch fragen. Aus dem Grund habe ich gesagt, warten wir zwei Wochen, warten wir. Ja, natürlich. Aber was ich mich halt gefragt habe, das war, was fangen wir also mit dieser, mit dieser Anonymous-Geschichte an. Wenn man auf der einen Seite sagt, der Mensch hat irgendwie so Kontakte zum VS oder ist VS oder arbeitet dem zu und das ist ein Kompaktmagazin letztendlich auch. Und auf der anderen Seite wird dann so eine Information gepflanzt, wie der Elsässer schlägt seine Frau. Ja, das ist gewisserweise nicht fair, aber der, der das geschrieben hat, schreibt das auch gewisserweise von anderer Seite nicht fair, weil da die Codes für seinen Schlüssel zu Hause und so weiter verraten wurden an Geheimdienste. Ist das dann irgendwie so schon eine Grenzüberschreitung oder ist das so ein, vielleicht auch ein Hinweis, dass es dann so heißt, dass es dann so heißt, ich kann dich mit einem Satz diskreditieren, ich habe aber noch mehr in der Tasche, sei lieber vorsichtig. Aber dazu, ich erwarte nicht, dass er dazu reagieren muss, zu diesen persönlichen Satz. Aber das ist das, was hängen bleibt. Ja gut, für mich ist das wichtiger, das andere Thema, dass der dazu vorhin arbeitende Geheimnis, das ist für mich wichtig. Kein, 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 aber auf der anderen Seite ist es so, er ist Macher, er ist Showmensch, er steht gerne in der Öffentlichkeit. Hätte bei so einem Vorwurf nicht zwingend, zwingend auch eine Reaktion kommen müssen, dass er zusammen mit seiner Lebensgefährtin vor die Kamera geht und sagt, diese Vorwürfe, dann auch aus ihrem Munde, hoffentlich nicht geschwollen, diese Vorwürfe sind, eine Widerregung, eindeutige. Die sind unhaltbar und wir werden alles tun, bis vor, was weiß ich, das Bundesgericht ziehen, damit diese, diese, und das macht nach dem, was er reagiert hat, bis jetzt konnte man sowas erwarten. Deswegen, ja. Aber das kommt nicht. Ja. Gut. Aber, es ist auch so, es muss man, es muss man zurückblicken, schauen, ob diese, ob diese Vorwürfe, was da der Zusammenarbeit betreffen, ob die aus der Luft gegriffen sind oder passen zu bisherigen Linien. Es gibt da ja viele Leute, die sagen, naja, also so groß sind die Vorwürfe dann nicht. Es ist genau passend zu mir oder nicht. Wir haben, ich habe, und auch da noch, Anfang der Mannwachen, hinter ihm gestanden, aus dem Grund, dass wir unterschiedliche Meinungen zu lassen wollten. Genau. Aber dann war Ende, denke ich, 2014, wo ich und, denke ich, du, als wir in Berlin waren, da ein Demo gab, und er kam, ja, genau, und er kam für uns alle plötzlich so überraschend mit Hogeza-Unterstützung, wo keiner von uns da Hogeza unterstützen wollte. Und da war das erste große Kratzer bei mir und, denke ich, bei dir auch, diese bedienungslose Unterstützung für Hogeza, wie aus weiterem Himmel kam, dass er da plötzlich da dargestellt hat. Naja, ohne Not im Grunde, weil, weil, weil ja die, die, man kann ja sagen, die Mahnwachen hatten sich ja gewissermaßen gestaltet, in, in, in einen eher linken Block und in einem, sagen wir mal, konservativ, Wertekonservativen, durchaus aber halt auch links offen und rechts geschlossen. Und rechts geschlossen und kommt so, so wie ich sie an. Und letztendlich, für mich ist es so, dass durch diese Aktion zu Hogeza hin, diese neue Mahnwache namens Frieden jetzt, ohne Not halt zerstört wurde und vor allen Dingen, dass die bessere und vor allen Dingen aufrichtigere Pegida geworden wäre. Also das, das, das war halt, das war halt kein, keine Systemveranstaltung, dieses Frieden jetzt. Das waren, das waren oppositionelle, oppositionelle. Genau, genau. Und, das ging kaputt. Und da plötzlich war die Unterstützung von Hogeza, ganz kurz vor ihm, weil dann in Stadt Pegida und sofort Unterstützung für Pegida. Und Pegida war für jeden, der sich mit den Themen beschäftigt hat, wir haben da Videos gemacht, haben schon am Anfang, Systemveranstaltungen von vorne an. Und da hat er sich, da hat so, jetzt hinter Pegida und dann hinter AfD. Also alles, was vom System ist, ist von ihm gefeatured worden. Ja. Also aus dem Grund schaue ich diese Vorwürfe jetzt an und sage ich, das scheint nicht aus der Luft gegriffen. Es muss man sehen, wem er unbedingt unterstützt. Ja, und wenn jemand nicht erkannt hat, dass Pegida und AfD Systemveranstaltungen sind, dann natürlich kann man weiterhin glauben, dass das mit Systemen nichts zu tun hat, was er tun hat. Es gibt ja Stimmen, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass die AfD gegründet wurde, da sage ich nicht ich, also das sind Behauptungen, von wirklich gut informierten Leuten, die also sagen, die AfD ist seinerzeit gegründet worden in Werder bei Berlin, im Hause des Verlegers Homelius, der auch gleichzeitig Verleger von Kompakt, der gleichzeitig Verleger von Kompakt ist. Dort hätte man sich halt irgendwie so getroffen und hätte gesagt, wir müssen da irgendwie sowas machen und es würde halt also da in die Richtung gehen. Ein kleines Indiz dazu ist vielleicht der gemeinsame Slogan, den AfD und Kompaktmagazin haben oder zumindest hatten eine gewisse Zeit lang Mut zur Wahrheit. Und die Geschichte von Homelius, ich kenne den Mann nicht, ich weiß über ihn sehr wenig, aber das, was ich jetzt gerade gelesen habe, dass er als Verleger eigentlich kaum was zu sagen hat bei Kompakt. Das ist auch ein gewisser Hinweis. Warum hat, weil, bist du Verleger, bist du Eigentümer, du gibst Geld, ja, für die Zeitung und hast du nichts zu sagen? Wie ist denn das? Das stimmt nicht. Gut, das ist natürlich die Behauptung, das ist natürlich die Behauptung des Rentsch. Aber Rentsch, man hat ein paar Jahre schon da gearbeitet, hat das gesehen, wie es funktioniert und da denke ich, während es schreibt, Homelius hat kaum was zu sagen, dann wird da der Wahrheit entsprechen. Aber wir hatten dann was zu sagen. Ja, da muss jemand andere dahinter stehen, der Homelius gefunden hat und sagt, Homelius, da machst du da, versuch der AfD zu schaffen, versuch diese Zeitung und deswegen hat er nichts zu sagen, weil das sind die anderen, die da dahinter stehen. Oder ist das einfach, oder ist das so eine One-Man-Show von Elser? Ne, das glaube ich nicht. Ich meine, wäre das so nur von ihm, dann hätte diesen Verleger nicht, der selbst die Zeitung gemacht. Und jemand musste Startkapital doch geben. Ja, also du kannst nicht so Zeitung so problemlos machen. Ja gut, aber da gibt es sicherlich halt irgendwelche Kreise, die Geld haben. das war dieser Homelius, der da stand. Und wer dem Geld gegeben hat, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Wie schätzt du das ohnehin ein? Wenn jemand aufgewachsen oder groß geworden oder sich selbst in den Anfängen der politischen Bildung schon links einsortiert, Mitglied im kommunistischen Bund Westdeutschlands, in dem halt Jürgen Trittin auch seiner Zeit war. Und Anfang der 90er Jahre halt eine Sektion gründet innerhalb der Linken, die sich nennt die Anti-Deutschen, die also auch mit Parolen wie nie wieder Deutschland und so weiter auftauchen. Und der halt in der Redaktion saß von Junge Welt, ehemalige DDR-FDJ-Zeitung, Jungle World, Abspaltung dieser Zeitung, jüdische Allgemeine, lassen wir mal außen vor, wobei, wir behalten sie mal im Hinterkopf. Wie groß siehst du die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand mit dieser Vita auf einmal einen Kurs fährt, der also sehr, ne? Ja, also... Kann man sich dann da retten mit, er betrachtet sich als Nationalbolschewist? Nein, es ist so. Ich denke, die politische Ansicht, die politische Einstellung, Findung, findet so bis zu, meiner Meinung nach, also ungefähr 30. Lebensjahr statt. Es gibt auch diesen Spruch mit dem Kommunisten, wer irgendwie mit 20 kein Kommunist ist, der ist nicht bei verstanden, nee, oder der hat kein Herz oder sowas. Ja, gut, und wer mit 30 das noch ist, der hat kein Verstand. Genau. Das kann ich gut nachvollziehen, dass jemand in jungen Jahren irgendwelche Ideen nachgelaufen ist, ob das Linke oder Rechte oder Libertäre oder sowas ist, es kann ich das verstehen, dass dann, aber wenn jemand diese Ideologie, welche, egal welche, weiterhin pflegt, sage ich, nach 30. Lebensjahr, ist das gefestigt. Das ist gefestigt. Da kann keiner mehr sagen, dass da jemand, wenn da 40 oder 50 ist, jetzt plötzlich die Meinung geändert hat und da plötzlich hat andere Meinungen. Nein, das ist fest. Das ist so, wie in diesen Jahren ist es schon entstanden. Man geht dann da vielleicht nochmal so ein bisschen links des Weges, rechts des Weges, aber so grundsätzlich hat sich nichts verändert. Und da kann ich nicht glauben, dass jemand mit Systemen zusammengearbeitet hat, wie der, der jetzt der Mann. Ich muss ja wirklich sagen, ich muss ja wirklich sagen, von nie wieder Deutschland zu Deutschland über alles ist schon eine Ausnahme. Ja, das ist so unglaubwürdig, wenn man das so betrachtet von Person her, dass man dass man behaupten kann, ich habe meine Meinung so komplett verändert. Das passt nicht. Das passt nicht. Und das ist bei allen, so sehe ich bei allen anderen, die Meinung so verändert haben im Laufe der Zeit. Nur die Meinung oder auch die Position? Die Position. Die Position auch. Die waren mit System, im System gearbeitet. Ja, wir kennen jetzt sie. Und plötzlich, paar Monate später ist schon Oppositionelle und so. da passt mir das überhaupt nicht. Aber nicht mehr wie Ken Jebsen. Nicht nur, das ist nur so ein Beispiel. Es gibt mehrere, was wir da haben, die da so agieren. Willy Wimmer. Ja, zum Beispiel. Christopher Hirst. Ja, zum Beispiel. Barbara Krone-Schmeiß. Das sind so einige. Ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, es kann sein. Kann einem gar nicht irgendwie, wenn das Herz so schwer ist. Aber das ist ja dann halt auch kein Heldentum. Ja, aber es ist so, wenn ich bestimmte Leute sehe, dann kann ich eventuell noch glauben, weil die da nicht so starkes System waren. So wie zum Beispiel Eva Herrmann. Ja? Weil sie war nur so... Die waren Nachrichten. Die waren nur Nachrichten, Sprichere. Sprichere. Ja, und das war so... Das waren nicht ihre Nachrichten, sondern sie hat das nur vor. Genau. Da kann ich etwas glauben, dass das anders ist. Aber Kai, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, es ist doch nun jetzt gerade auch so in der heutigen Zeit so. Also auch, ich sage jetzt mal, auch dank Pegida und dank den Mahnwachen und dank diesen ganzen Bürgerbewegungen, dass die Leute nach und nach irgendwie sich bewusst werden, eventuell was wirklich passiert oder was wie morsch dieses System ist und dass dann halt auch wirklich bislang wirklich systemtreue Leute sagen, nee, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ist dann da nicht... Da kann man doch nicht bei jedem sagen, ja, das stimmt ja. Ja, da hast du recht. Es ist sehr schwer, aber dieses ungutes Gefühl bleibt bei mir, bei solchen Menschen. Da werde ich kein Vertrauen schenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vorher für dieses System alles gemacht hat, zusammengearbeitet, Propaganda gemacht und so weiter und jetzt aufgewacht ist auf andere Seite. Toll, jetzt ist das möglich. Aber wieso hat das vorher... Ohne selbst gekündigt zu haben. Ja. Ohne selbst gekündigt zu haben. Ohne selbst gekündigt zu haben. Und warum hat das er nicht erkannt? Warum hat das gemacht? Das konnte man erkennen. Ich habe das erkannt und hunderttausende andere haben das auch erkannt in diesem System, wie es ist. Und die waren drin, haben das nicht erkannt, dass irgendwie passt das Ganze nicht. Und das ist der Grund, warum ich da Probleme habe. Und wenn jemand schon nicht nur da mitgemacht hat, aber sehr, sehr stark bestimmte Positionen verdrängt hat, an die deutsche Position zum Beispiel, und die kommunistische Ideologie, wie kann er sich da verändern? Bei Altersweisheit? Da braucht man noch so 40 Jahre. Also, dass man so wie Helmut Schmidt dann vielleicht... Ja, genau. Also, ab 80 kann man sagen, gut, das ist Altersweisheit. Da kann man noch viel Glauben erwähnen. Glaubst du, dass diese... Also, anders gefragt. Was, denkst du, werden diese Vorwürfe verfolgen? Es ist... Das Schweigen zeigt, dass man versucht, das zu vergessen und dass die Masse das nicht davon mitbekommen sollte. Nur die, die Anonymous gelesen haben, wissen davon. Und ja, zur Tagesordnung zu übergeben. Also, einfach so... Dass die Masse das merkt. Aber das wird ja... Guck mal, wie viele geliked haben die Veranstaltung von Jebsen jetzt von Samstag. Die Masse merkt nicht. Ja, das ist so. Aber... Anonymous-Kollektiv wird ja da auch nicht lockerlassen. Ich vermute, das kommt noch was. Das noch was kommt. Das kann man vermuten. Aber das, was schon jetzt veröffentlicht ist, das ist so ein Hammer. Da muss Reaktion kommen. Da muss eine Klage kommen. Da muss... Wenn natürlich das nicht stimmt. Also, aber schweigen. Auch im Sinne der Leser- und Anhängerschaft. Ja, genau. Also, ich denke mal, die erwarten das auch. Ja. Also, würde ich erwarten. Und es ist erstaunlich, dass diese Nachricht so wenig im Internet verbreitet ist, bei Facebook und so weiter, bei verschiedenen Kanälen und so, dass sie darüber kaum berichten. Kaum jemand interessiert das. Das ist auch erstaunlich, dass dieses Thema nicht nur dadurch Mainstream-Medien stillgehalten ist, sondern auch, sage ich, in Facebook, im Internet, bei YouTube und so weiter. Glaubst du, das ist Desinteresse oder glaubst du halt auch, dass da so die Verbreitung da so bewusst ein bisschen behindert wird, dass man das dann... Ja, die Verbreitung wird bewusst verhindert. Also, das hört man ja jetzt in letzter Zeit, hört man das ja immer wieder, dass also gewisse Aktivisten halt wirklich Schwierigkeiten haben, da ihre Leute zu erreichen. Ja, das... dass 100.000 Beiträge rein schon hat gelöscht. der Anonymous, der macht ja jetzt alles über Russland. Ja, weil sonst hätten sie keine Chance. Die Plattform wurde hier geschlossen. Die haben, denke ich, über Millionen Likes gehabt. Also, Wahnsinn, dass da, wo wir leben, dass wir leben nicht in einem demokratischen Staat. Wenn aber da nichts gemacht werden soll, ist es dann nicht so, dass das dann halt immer wieder auf dieses Thema dann zurückgekommen werden kann? Das wäre, das ist die Frage. Naja, gut, der Mainstream... Der Mainstream wird das überhaupt das Thema nicht annehmen. Da offensichtlich ist es was dran. Und die Opposition ist... Ist es die Opposition dann scheißegal? Entweder ist egal... Die freien Opposition... ... oder kann nicht, ja, oder will nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was fängst du denn mit dieser Information an? Diese Information hat für mich nur eine gewisse Bestätigung, was ich dir schon vor einem Jahr gesagt habe. Und da haben wir ähnliche Sicht auf Kompakt und Tun. Das war damals nur so Vermutung, so wie Bauchgefühl von diese Unterstützung für AFD, was wir abgeleitet haben, und Unterstützung für Gesamt Pegida. Das war so von Gefühl her das nur bestätigt das Ganze. Ja, das ist so ähnlich, wie ich sage, das von anderen, von Knipsen auch das Gleiche. Das ist das Gleiche Gefühl. Und ich vermute, dass da vielleicht kommt auch was. Da Knips? Ja. Also auch von meiner Überzeugung, das ist das, was identisch das Gleiche. Das ist erst versucht, auch die Leute wieder auf die Straße zu bekommen, wieder da in falsche Richtung zu lenken. Das ist so, wie Mannwachen da zerstört wurden. Dann versucht man immer dafür zu sorgen, dass irgendwie die Unzufrieden auf die Straße gehen, aber davon nichts wird. Kommt dann selber, er spricht ja jetzt von der Crew, also er will ja Das ist schon, schon von vor allem. Kapitän sein. wenn wir Kapitän sein und wer er Kapitän ist, dann weiß man schon, welche Themen nicht vorkommen. Das kommt Souveränitätsthema nicht, das verzinste Geldsystem kommt nicht. Da sind die Themen NATO-Austritt, EU-Austritt, das auf gar keinen Fall, da sind Themen nicht vorkommen bei ihm. Und ich habe auch so in letzter Zeit gehabt, als ich gesagt habe, da sind die Themen nicht vorkommen. Da Beispiel, ach guck mal, hat ein Video gemacht, weiß ich nicht über Geldsystem. Aktuell macht man so Propaganda, das ist moderne Propaganda, 95% machst du das was anderes und dann machst du 5% oder weniger Alibi-Videos, dass da andere sagen, da sagen, dafür habe ich was gemacht. Das muss man sehen, was ist der Hauptpunkt über was. Und bei ihm kommt keine Veränderung, nichts. Ja doch, eine komplett Veränderung. dass immer die Opposition oder die, die anders denken und was machen wollen, die werden da neutralisiert. Das ist das, was man da erwarten kann. Glaubst du an die Aussage von Wönch, dass Alsasser immer Kommunist war und Kommunist bleibt? Und siehst du das bei Jebsen auch so? Nach wie vor? Ja. Da hast du das habe ich schon damals gesagt und das was er sagt immer ist heutige Kommunisten sagen nicht, dass sie kommunisten. Die nehmen das Wort nicht in den Mund Kommunisten. Die sagen das nicht, weil die wissen, dass diese Ideologie komplett verbrannt ist. Also darüber sprechen sie nicht. Sie sprechen über andere Welt, solidarisch, demokratisch, gerecht, was noch genussenschaftlich und so weiter. Das sind die Begriffe, die die benutzen. Aber es ist immer das Gleiche, was ich schon gesagt habe. Es reicht nur zu schauen, Kapitalismuskritik kommt vor. Du musst dich verändern als Mensch. Also da das sind die Punkte, die immer bei Kommunisten vorkommen. Und Nation wollen wir nicht haben. Das sind drei Punkte, die bei Kommunisten immer vorkommen. Und wenn diese drei Punkte alle, dass jemand sagt, die wir herausbringt und sagt, das ist Quatsch, alle drei kommen nur bei Kommunisten, nirgendwo anders. Wir müssen achtsam bleiben. Ja. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Danke. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.